Wer ist hinüber? Wow! Scheiß! Man sollte auf seine Gesundheit achten. Das war ja so schlau. Das war so schlau. Wie wär's mit Zwischenspeichern? Na warte, ihr Zweiglinge. Ihr verdammten Zweiglinge! Kämpft! Das hab ich noch nie gesehen. Ja, das hatten wir schon mal. Das hast du schon mal gesehen. Du erinnerst dich wohl nicht mehr dran. Jetzt kommen die Steine. Nein, ein Schmetterling! Lydia, zurück! Oh, nein. Er wird uns alle töten. Geh weg! Nee, ne? Och, Scheiße. Jetzt ist die alte mir abgekratzt. Oh, verd... Ah... ...